Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Part Let's Play WWE 2K16 Karriere Und es geht weiter mit dem nächsten Event Gegen Den Japaner Ich weiß nicht wie man die ausspricht, deswegen lasse ich das mal Und es ist wieder ein NXT Match Was ich noch dazu sagen muss, die Songs werden leider nicht mit aufgenommen Keine Ahnung woran das liegt, das ist mir jetzt auch gerade egal Weil es ist ja nicht so wichtig The following contest is scheduled for one fall Making his way to the ring From Frankfurt, Germany James Bulldog The roar in this building can be heard from the street A win here Would do wonders for this guy's career Perfect Payd completely The roar in the Verder Bis eh Belekte So Going Repeat Reason euch Singh supporting oben ader expire Dieser Blick. Er ist bereit für seinen Gegner. Dem er mittlerweile den Spitznamen Japaner gegeben hat. Er ist bereit für ihn. Der Kniegerl, Hideo Itami! Oh boy, we're in for a treat tonight. Both of these superstars look geared up and ready to go. The look on this guy's face tells me he's about to inflict some major pain. Woh, you better look out. Woh, you better look out. And there's the bell. These guys are giving it their all here tonight. Not just to entertain the fans, but to ultimately rock away with the win. Working for control. What's your analysis of Bay? That's someone who gets it. Someone who knows the value of hard work and dedication. Ah, scheiße. Das geht an ihn. Caller im Album. Ah, das war nicht gut. Oh, er konnte schon wieder. Ah, das war nicht gut. Ah, das war nicht gut. Ah, das war nicht gut. Mark Adams. Das war nicht so früh. Er sieht uns gerade gar nicht so früh. Er sieht uns gerade gar nicht ab. Hideo Itami brings to the States more than a decade and a half of in-ring experience. Yeah, and it was in Japan where Hideo Itami developed that sneaky, hard-hitting style of his. You really wouldn't expect somebody to his side to pack such a punch. Hm, da zieht uns gerade ganz schön ab. Oh, er geht ins Kamera. The covers. Aber wir kommen raus. Easy. Bis zu früh. Oh, oh, er geht aufs Top Rope. Wow, er ist still down. Ah, er ist zu spät gedrückt, wahrscheinlich. ich ja wohl in style we talk about earlier definitely comes from the day or tommy's year spent training in the no nonsense japanese dojos ok it didn't do it schon wieder dieses dritten mal kommen zum glück endlich raus das war scheiße gewesen wenn wir das schon wieder durch ein pinball verlor und er zieht uns gerade ganz schön ab es ist zu spät die big top steam auf diesen schon länger gewartet und wir gehen uns Und wir haben probiert das Kampfer. Ah, er kommt raus. Oh, er kommt das. Oh, er kommt das. Und er kommt das schon wieder. Schlägerattacke von dem Japaner. Oh, jetzt macht er uns gerade so ein klein bisschen fertig. Der Kondert. Und dann kommen wir mit dem dritten Mal raus. Und dann verlieren wir das Ding. Der macht hier einen Pinfall nach dem anderen. Und da haben wir ja überhaupt keine Chance. Was? Und dann ist es vorbei. Und dann ist es vorbei. Und dann ist es vorbei. Hier ist dein Winner, Hideo Itami. Das war ein großartiges Match. Immerhin etwas. Das war's. 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 Und dann ist es. ehrlich gesagt keine Lust aber sieht so aus als müssten wir das das sind wir mittlerweile gewohnt das war beim ersten Mal wo ich so geschockt war also weil man das Licht ausging dachte das Spiel wäre im Arsch das war der folgen ist die 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 He's got too high and I'll tell you what he doesn't care. Why should he. Untertitelung des ZDF, 2020 Okay, und jetzt kommt Kevin Owens in den Ring. The fans have been demanding this one-on-one-contest, and here it is! Gegen den möchte ich auch nicht verfeindet sein. Der macht dich platt wie ein Würmchen. Und jetzt kommt Kevin Owens in den Ring. Ja, das tun wir uns nicht an. Das ist ja, also, ich gucke doch keinem Menschen zu, wenn ich nicht mitkämpfen darf. Ich frage mich, warum das überhaupt auch kam. Weil das ist ja noch... Ah ja, weil das unser Rivale im Moment ist, der Tyler Breeze.